Morgen ist es wieder soweit. Morgen startet die neue Bundesliga-Saison für Hertha BSC und das auch sofort mit einem Kracher. Denn Hertha BSC reist morgen um 15.30 Uhr in die Alte Förstererei zum 1. FC Union Berlin und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute werde ich dazu natürlich einen Vorbericht geben. Wir schauen uns die letzten Ergebnisse an, wir schauen uns aber natürlich auch die Aufstellungen an, die aktuelle Formen und werden einfach mal eine kleine Prognose zum morgenspiel abgeben. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten sofort rein mit der Bilanz. Und zwar, wie war denn die letzte Derby dann zwischen Hertha und Union? Ich denke, am besten würde ich dieses Thema eigentlich direkt rausschweigen, denn die Derby-Bilanz im letzten Jahr war katastrophal. Im letzten Jahr ist Hertha insgesamt drei Mal auf den 1. FC Union Berlin getroffen, zwei Mal in der Liga, einmal im Pokal. Und das Interessante dabei ist, dass man jedes Mal mit einem anderen Trainer auf den 1. FC Union Berlin getroffen ist. Ja, das erste Spiel war unter Paldade, das war ein 2 zu 0, wo wir uns miserabel präsentiert haben. Das zweite Spiel war unter Typhon Korgut im DFB-Pokal-Achtelfinal, soweit ich richtig klingen sollte. Dort ging es 3 zu 2, sondern auch da hat man direkt gesehen, dass Typhon Korgut nicht der richtige Trainer ist. Und das dritte Spiel war da unter Felix Maggert. Es war ein Heimderby vor ausverkauftem Haus. Und dieses Derby ging mit 1 zu 4 verloren. Das war eine absolute Blamage und das haben die Fans auch direkt mal gezeigt, was sie von dieser Derby-Niederlage haltet hat. Und auch das hat mit die Abwärtsspirale ausgelöst. Gott sei Dank konnte man sich am Ende unabhängig der Derby natürlich den Klassenheit sichern und das war das Wichtigste in der letzten Saison. Jetzt möchte Hertha BSC aber wieder angreifen und versuchen, den Union natürlich die Startmeisterschaft wegzureißen. Und ich denke, morgen hat man die gute Chance, direkt einfach mal anzugreifen. Man hat grundsätzlich einen guten Kader, man hat einen besseren Kader als in der letzten Saison. Und ich denke, dieses Spiel gegen Braunschweig, welches man abgegeben hat, zeigt direkt mal, dass die Spielphilosophie von Hertha BSC jetzt grundlegend anders ist. Sandro Schwarz hat sich auf der Pressekonferenz geäußert, hat einige wichtige Punkte vor dem Spiel gegen den 1. FC Union Berlin benannt. Und ich denke mal, genau diese wollen wir durchgehen. Sandro Schwarz hat gesagt, dass es problematisch sein wird, weil Union Berlin ganz früh schon im Spiel bereits eine klare Struktur aufzeigt. Sie sind organisiert und das macht es für Hertha BSC schwer, viele Chancen nacheinander zu erarbeiten. Die Handschrift von Urs Fischer sei extrem zu erkennen und auch das hat man bereits in seiner Phase Mainz gesehen. Dort hat er auch immer bei den Spielen gegen den 1. FC Union einige Probleme. Trotzdem sagt Sandro Schwarz, dass es wichtig sein wird, einen klaren Kopf zu behalten. Und das, was in Braunschweig 60 Minuten lang geklappt hat, bei Union 90 Minuten lang zu zeigen. Das ist die Marschroute von Sandro Schwarz und ich denke auch, das ist das, was man auch dem Braunschweig-Spiel Schluss folgen kann. Im Braunschweig-Spiel waren wir 60 Minuten die dominantere, bessere und klar offensivere, strukturiertere Mannschaft. Und wenn man das auch natürlich morgen in Ansätzen zeigen kann, wäre man das schon gut bedient. Dazu soll vor allem ein Spieler helfen und zwar Doi Lüke Bakio. Doi Lüke Bakio war in der letzten Saison an dem VfL Wolfsburg ausgegangen, hat dort katastrophal gespielt. Und jetzt soll er mit dem Kopf hundertprozentig hier sein und soll morgen die Marschroute angeben. Er soll mit Tempo gegenstößen, mit natürlich aber auch seinen inversiven Fähigkeiten in die Mitte zu ziehen. Mit seinen Dribbelkünsten und natürlich auch seiner Unberechenbarkeit in der Offensive. Morgen die Unioner abwehrschwindig spielen und dort können wir uns erinnern. Und zwar an einen 4 zu 0 gegen den 1. FC Union in Berlin. Da war Bruno Lavalija Trainer und dort war Lüke Bakio ein Schüsselspieler. Und er möchte es hier schaffen und er möchte insgesamt natürlich auch dann Union morgen wehtun. Man hat das Pokalspiel analysiert, man hat bei Union Berlin die Testspiele und das Pokalspiel analysiert. Denn auch Union Berlin ist natürlich im Pokal angetreten und zwar natürlich gegen den Chemnitzer FC. Man hatte ein einfaches Los als Hertha und man hat sich sehr schwer getan. Schauen wir auf die letzten Ergebnisse. Union hat ein 1 zu 2 erzielt und zwar in der Verlängerung gegen den Chemnitzer FC und hat sich dort sehr sehr schwer getan. Dort ist man im 3-5-2 eingetreten und genau dieses System werden wir morgen natürlich gegen uns auch wieder sehen. Interessanterweise muss man festhalten, dass dort auch einige Neuzugänge direkt zum Einsatz gekommen sind. Unter anderem ist Ziba Chiu direkt mit einem Tor reingestattet und hat ein gutes Debüt gegeben. Ziba Chiu ist neuer Stürmer von dem FC Union. Da ja Taivu Avonii für 20 Millionen zu dem Nothing-in-Folce gewählt hat, haben sie sich einen neuen Spielstürmer gesucht. Und zwar Jordan Ziba Chiu. Es war übrigens der Sturmpartner von Wilfried Kanga. Insgesamt muss man festhalten, dass Union eine wirklich sehr gute Mannschaft ist. Union ist eingespielt. Die Automatismen bestehen schon seit Jahren im Kader und sie schaffen es, Transferphase für Transferphase den Kader zu verstärken und punktuell mehr individuelle Qualitäten rauszuhauen. Unter anderem auch Yannick Habra, Neuzugang vom SC Freiburg, war beim SC Freiburg nahezu außen vor. Und auch er schafft es beim 1. FC Union Berlin, sich jetzt wieder in den Kader reinzuspielen und durchzusetzen. Und das ist sehr interessant. Union hat sehr viele Abgänge zu beklagen. Insgesamt musste man sich von einigen Spielern trennen. Zum anderen auch von Gürsha Prömmel, der eine absolute Säule in der letzten Saison war. Und von Markus Ingwarzen sowie Leon Dajaku. Und diese Abgänge hat man auch allesamt ausgeglichen mit guten Neuzugängen. Unter anderem mit Jamie Leveling vom Greuter Fürth und mit Morten Torpsi von Sampadoria. Und grundlegend ist die Kaderqualität bei Union erneut besser geworden. Und ich glaube, das wird uns morgen natürlich auch wieder vor einigen Problemen hinstellen. Aber Sano Schwarz hat auch natürlich erwähnt, dass es morgen vor allem um Entwicklung geht. Die Spieler sollen anfangen, einem Spiel zu arbeiten und sollen direkt natürlich zeigen, was sie können. So dass man aber natürlich diesen laufenden Prozess, der jetzt über die ganze Saison verläuft, natürlich jetzt auch ansetzen kann und fortführen kann. Die Kleinigkeiten am Spiel, die letzten Automatismen. Sie sollen sitzen und da soll es direkt gegen Union gezeigt werden, was Sache ist. Fredi Bobic sagt zum Spiel, dass man weiß, dass man aktuell der Außenseiter sei. Aber dass man sich jetzt zurückkämpfen möchte und sämtliche Leistungen und Ergebnisse präsentieren möchte und zu zeigen, wer sportlich wirklich die Nummer 1 in Berlin ist. Denn aktuell, muss ich das auch als Hertha BSC-Fan zugeben, ist es der 1. FC Union. Aber die Saison, vielleicht mit einer möglichen Dreifachbelastung beim 1. FC Union, könnte die Kräfteverhältnisse wieder ändern, sollte man sich in Berlin bei der Hertha halbwegs stabilisieren und auch natürlich die Defensive stabilisieren und die Offensive attraktiver gestalten. Welche Spieler fallen denn aktuell beim Spiel aus? Wir müssen auf fünf verschiedene Späts zichten. Zum einen auf Omar Alderete, zum anderen auf Dong Zhongli, der immer noch fehlt, natürlich aber auch auf Jesse Ngankam und Kian Nsona. Und Kian Nsona hat immer noch Probleme mit seinen Gelenken. Marco Richter ist auch noch nicht ganz fit für dieses Spiel und Luka Dussar fehlt leider gesperrt. Und das ist eine sehr, sehr lange Ausfallliste schon wieder bei uns. Und ich kann nur hoffen, dass die Jungs so schnell wie möglich fit werden und dann auch in den nächsten Spielen mit dabei sind. Und jetzt wird es mal Zeit und wir schauen jetzt auf eine mögliche Aufstellung gegen den 1. FC Union Berlin. Die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie viel wird Sandro Schwarz rotieren oder wird er überhaupt rotieren? Denn wir haben letztes Spiel gegen Eintracht Braunschweig beim 5 zu 4 einige Schwachstellen ausmachen können. Unter anderem die Innenverteilung, die war einfach zu schwach, um natürlich auf Bundesliga-Niveau mitzuhalten. Dort sollte man eigentlich einen Wechsel anforstieren. Da muss man eben auch festhalten, unser Stürmer Davy Selke hing das vergangene Spiel gegen Braunschweig nur in der Luft. Und da müsste man eigentlich auch jemand Neues einsetzen. Und so bin ich jetzt zu dieser Aufstellung gekommen. Wir treten erneut im 4-3-3 Offensiv an und versuchen erneut über die Flügel ein kontrolliertes Spiel aufzuziehen. Ein kontrolliertes Gegenpressing mit aggressiven, frühen Anlaufen schon bereits im Angriffspressing. Das, was wir lange Zeit nicht mehr gehabt haben. Und so versuchen wir Union recht früh auch zu Schwindelig zu spielen. Und jetzt schauen wir uns mal an. Plattenhardt, Dardai, Boyata und Kenny bilden meiner Meinung nach die Viererkette. Ich denke mal, Dardai würde vielleicht auch reinnotieren für Mark Oliver Kempf, denn er war wirklich mit Abstand der schlechteste Mann. Und wir können uns das nicht erlauben, dass ein Innenverteidiger pro Spiel 3-4 Fehler macht. Das geht nicht. Dann sollte man auch lieber auf Dardai setzen, der zwar auch den einen oder anderen Fehler macht, aber immerhin mit seinem Spielaufbau unserem Spiel etwas Besonderes zugibt. Das, was uns auch lange Zeit aus der Defensive heraus fehlt. Und zwar ein organisiertes, strukturiertes Offensivspiel. Das fehlt uns aus der Defensive heraus. Auch Christensen sollte man eigentlich hinterfragen. Aber Christensen ist natürlich Stammspieler, denn auch Rune Jahrstein ist meiner Meinung nach nicht bereit, die Nummer 1 bei uns zu werden. Und so sollte man, wie ich finde, auch Christensen ins Tor stellen gegen Union Berlin. Und jetzt schauen wir mal auf unsere drei Mittelfeldreihe. Wir treffen dort auf Suat Serdar, Ivan Sunic und Kevin Prinz Boateng. Auch eine sehr schwierige Geschichte. Man muss festhalten, Serdar und Boateng sind natürlich die eher ein bisschen höher verschobenen Achter. Aber Sunic ist der Sechser, der so ein bisschen Luka Tussar ersetzen soll. Und um in der Offensivreihe haben wir Maui da, der es, wie ich finde, gegen Braunschweig richtig gut gemacht hat. Und Ejokje ist meiner Meinung nach noch nicht bereit genug. Natürlich für das Spiel gegen Union, denn man muss eben festhalten, dass Ejokje erst seit zwei, beziehungsweise knapp zweieinhalb Wochen im Teamtraining ist. Und dass dort halt eben noch zentral Abläufe und Automatismen bei Ejokje fehlen. Aber Ejokje ist mindestens mal ein richtig guter Joker. Genauso wie Wilfried Kanga. Denn im Sturm habe ich mich natürlich erstmal für Stefan Jovetic entschieden. Auch er konnte bereits gegen Braunschweig erste Minuten sammeln. Und hat auch dort natürlich direkt mal eine Vorlage gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jovetic auch morgen unser Stürmer sein könnte. Oder eben Davieselke, wobei ich das eher nicht gut finden würde. Soviel zu meiner Aufstellung. Wie würdet ihr aufstellen? Und dann lassen wir uns einfach mal bis morgen überraschen. Kommen wir abschließend noch zu meinem Tipp. Und ich tippe für das Maul-G-Spiel tatsächlich ein Sieg für Hertha BSC. Ich glaube Hertha BSC wird sich für drei Dermia lang in Folge revanchieren und mit 1 zu 2 gewinnen. Und dieses aggressive Umschaltspiel von Sandro Schwarz. Dieses offensive Gegenpressing bzw. Angriffsgegenpressing wird unserem Spiel glaube ich richtig gut tun. Und wird Union vor einige Probleme stellen. Wie ist euer Tipp? Schreibt euren Tipp gerne in die Kommentare. An dieser Stelle war es das mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat dieser Vorbericht gefallen. Wenn ja, lasst super gerne ein Like da. Vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um die Hertha und die Bundesliga verpasst. An dieser Stelle wünsche ich euch allen einen traumhaften Abend. Wir sehen uns morgen um 15 Uhr zum neuen Livestream wieder. Bis dahin, genießt den Abend und Tschüss.